willkommen zurück wir hauen noch schnell die restlichen drei spitzhacken kaputt dann war es das auch in dieser aufnahme für den bunker so Das war's für heute. So, dann können wir hier nämlich schon mal die Treppe freischlagen. Schöne Minecraft Musik muss man unbedingt gehört haben. Oh, ich dachte schon, jetzt geht's hier richtig tief runter. So... 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 eines neuen gebäudes neues wie komme ich immer auf neues gebäude anfangen eines neuen gebäude so fertig hier kommt noch mal schnell die erde weg wir müssen ja noch eigentlich den krankenhausboden jetzt fertig machen dann wird es wohl doch noch nichts ja 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 das wird gut glaube ich jetzt ist die frage machen wir das zweite stock den geno so hoch oder nicht jetzt müssen wir mal gucken wie war denn hier die raumverteilung ich glaube klack 1 2 3 4 5 1 2 ok wir brauchen auf jeden fall noch mehr bürke 1 2 3 4 5 geil ups fast runtergefallen hier 1 2 3 4 5 hat ja genug gereicht ok ab nach unten wir müssen erstmal wieder die axt wiederholen ja 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 Okay. So, ich hoffe das reicht erstmal. Wie es auch mal gleich so düster wird, wenn man mal unter irgendwas ist, hier, krass. Hier könnte man noch so eine Art Aufenthaltsraum rein machen, der muss ja nicht so riesig sehen, schön unter dem OP-Saal oder über dem OP-Saal. Okay, so, das wäre wieder die Mauer. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das See sieht irgendwie doof aus. Dann geht der Flur eben nochmal um die Ecke. Na, das ist ja genau das gleiche. Mauer, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, scheiße. Dann machen wir das anders, dann machen wir glaube ich hier später lieber eine Glasfassade. Nein. So, und hier müssten wir noch eigentlich eine Treppe nach unten bauen. Zum Glück haben wir noch Marmortreppen behalten. Und hier gibt es dann wieder ein Aufnahmepäuschen. Spitze bedanke mich. Bis dann. Kleiner Deine bung